Ach ja, die Lena. Unsere Lena. Deutschlands größte Grand Prix-Hoffnung seit ein bisschen Frieden. Mit ihrem Song Satellite hat sie die Herzen der Republik im Sturm erobert. Und das übrige Europa soll am Samstag folgen. Auch wenn sich die 19-Jährige immer wieder tapfer gegen die ihr zugesprochene Favoritenrolle zur Wehr setzt. Ihre Chancen stehen gut. Sehr gut. Vor allem, wenn man sich die Konkurrenz anguckt. Denn, so melden sich nun sogenannte Experten zu Wort, einen so schlechten Jahrgang wie das diesjährige Grand Prix-Aufgebot gab es schon lange nicht mehr. Die diesjährigen Eurovision-Songs sind unglaublich schwach im Vergleich zu den letzten Jahren. Die meisten Nummern sind sowas von überholt. Wenn wir die Zeit zurückdrehen würden in die 70er oder 80er Jahre, dann hätten sie vielleicht eine Chance, zumindest einige von ihnen. Aber heutzutage geht das gar nicht. Das sehen die Teilnehmer selbst ganz, ganz anders. Aber natürlich nur, wenn es um das eigene Werk geht. Kollegen dissen ist selbstverständlich erlaubt. Unser Song ist etwas ganz Besonderes, ganz anders. Es gibt für die Zuschauer dieses Jahr definitiv eine Menge Zeit, sich in der Küche Brote zu schmieren, weil so viele Balladen präsentiert werden und irgendwie klingen jedoch alle gleich, schon seit Jahren. Deshalb finden wir, es ist mal Zeit für etwas ganz Neues. Stellt sich nur die Frage, ob Europa dazu bereit ist. Also an mangelndem Selbstbewusstsein wird's bei Milan Stankovic nicht liegen. Und seine Chancen stehen in der Tat gut. Der Serbe geht ebenso wie Lena am Samstag als Favorit ins Rennen. Aber genug von den Favoriten, langweilig, es gibt ja noch so viel Unterhaltsameres. Wie zum Beispiel der Beitrag unserer polnischen Nachbarn, der leider, leider das Halbfinale nicht überstand. Marcin Mroczynski singt Legenda. Dazu gereicht wurde folkloristisches Tanztheater mit jeder Menge Drama. Überhaupt stehen Trachten beim diesjährigen Grand Prix ganz hoch im Kurs, siehe Slowenien. Fans des Musikantenstadl dürften begeistert sein. Kritiker bezeichnen den Auftritt des Ensembles schlichtweg als verstörend. An dieser Stelle ein Appell an all diejenigen, die sich immer wieder über Fräulein Meyer-Landruths eigenwilligen Tanzstil mokieren, mögen diese Bilder sie zum Schweigen bringen. Ein Wassertreter am Mikro und ein Muppet am Klavier, die Performance aus Estland. Niedlich, aber leider ebenfalls nicht im Finale vertreten. Auch wenn das künstlerische Niveau in diesem Jahr einen Tiefpunkt erreicht haben mag, die Multikulti-Schlagerparade ist am Unterhaltungswert gemessen, nach wie vor unschlagbar.